Die größten Rätsel der Welt werden heute gelöst. Von den größten Gehirnen, The Rocket Beans. So sieht es aus. Es ist Zeit für Adventure Time. Jetzt ist dein Moment, jetzt ist dein Moment, Gehirn. Ja, war noch ein Gag in Form. Ich dachte, ich gehe jetzt immer so durchs Haus. Hast du deine Maske dabei, mache ich immer so. Ja, irgendwann musst du sie nur noch dabei haben. Ja, hier ist meine Maske. Ja, alles klar, dann gehen sie doch rein. In der Plastik-Tüte. Ja, hallo. Nach dem großen Erfolg von meinem Salat auf Twitter, den ich mir damals geholt habe, bei Monkey Island 2, 3, gibt es jetzt den ersten Teil. Aber du wolltest darüber reden, über den Salat? Nee, ich hatte es schon vergessen, den Kugelschreiber-Salat. War das wieder mal sowas? Nee, das war wirklich kein Witz. Ein richtig dicker Schlüssel in so einem Lachma-Jun. Aber nicht für der gleiche Laden. Nee, nee, es war auch nicht mir, sondern es ist wirklich der Freundin, meiner Freundin passiert, als sie in Berlin war. Und sie hat mir direkt das Bild geschickt. Und ich meinte, kann ich das Bild haben? Und sie wollte es mir erst nicht geben. Und dann meinte ich, bitte, bitte, ich kriege dafür mindestens 5000 Likes. Das muss ich haben, dieses Bild. Ja, und es war auch wirklich so ein geiles Bild, Alter. Und er war ein Schlüssel. Ein richtig dicker Sohn. Ein Schlüsselbunt auch. Nee, nee, nee. Das wäre ein bisschen zu hart. Einfach ein einzelner Schlüssel wahrscheinlich. Du kennst das. Irgendwo auf der Bank liegt irgendwo ein Schlüssel. Aber wie kann das... Und dann fällt der da rein. Ich kann es mir auch nicht erklären. Aber die Hygiene-Bedingungen in Deutschland sind auf jeden Fall seit unserem Let's Play nicht besser geworden. Das stimmt. Aber du hast einen Gutschein gekriegt, den wahrscheinlich nie eingegangen. Den hast du bekommen. Den hab ich gekriegt, aber ich hab ihn auch nicht eingesetzt. Das ist ja megageil. Okay. Da. Ich hätt ihn aber nicht wirklich halb zu Ende essen müssen. Boah, es sieht auch irgendwie ekliger aus. Also, in so einem Foto, wenn so fotografiertes Essen mit so matschigen Pappwänden und so. Es sieht wirklich... Ja, aber ich find auch der hier, du siehst den Coolschreiber, der hat so Grint unten, so braun. Oh, hör auf. Du möchtest gar nicht wissen, in welchem Mund der vorher war oder was da ist. Warum sieht der so aus, so verranzt? Oh Gott. Ja, ne? Genau, das mein ich. Und ich frag mich auch, wie viele Teile waren da eigentlich noch drin? Weil ich hab's ja relativ wenig gesehen. Oh, der Albtraum. Und das passiert bei unserem Monkey Island. Sonst hätt's mir nämlich keiner geglaubt. Und das ist jetzt auch schon wieder zwei Jahre oder so her. Zwei Jahre ist es her. Weißt du, da stand doch beim Tweet, wann das getweetet wurde. Das ist zwei Jahre her. Ja, zwei Jahre her. Ja, so lange musst du dir warten. Das steht's, was? 2019, 5. Dezember, sogar mehr. Das ist über zwei Jahre. D-E-S. December. December. Im Dezember. Hast du gesehen, die hat eine andere Sprache eingestellt. Ja. Damit ist auch in ... Was ist Dezember? Dezember. Naja. Wir machen endlich weiter mit dieser tollen Rubrik. Wir haben ewig drüber gesprochen, dass es uns ja auch viel Spaß gemacht hat. Und es hat einfach nur zweieinhalb Jahre gedauert, bis wir's hingekriegt haben. Bis wir das Spiel zum Starten bekommen. Ja. Und jetzt fangen wir an mit Monkey Island 1 tatsächlich. Aber in der Special Edition. In der Special Edition. Kann man immerhin her schalten. Die ist aber dann auf Englisch, glaub ich. Die Special Edition gibt's nur auf Englisch. Was? Findest du das Schlimme, oder? Nö, ich find das überhaupt nicht schlimm. Aber es gibt ja auch viele, die die Boris Schneider-Johne-Übersetzung so lieben, die deutsche, die ja auch gut ist. Aber dann kann man ja auf die deutsche Textübersetzung umschalten. Ich glaub ... Ich weiß nicht, ob das geht, ja. Aber wir fangen einfach mal an. Nee, ist deutsch. Ja, weil wir jetzt nicht den ... Ah, ich versteh. ... diesen anderen Grafik ... Das ist jetzt der klassische Grafikmodus. Wir können den umschalten. Ich weiß aber nicht, wie. Ey, ich weiß noch, ich hab das mal auf einem ... War das ein PC oder eine Amiga? Aber auf jeden Fall hat's mega lang geladen. Dann hat das ab und zu gestockt. Und es hat sehr, sehr lange gedauert, bis sich das hier so aufbaut. Nee, das ist die neue Grafik. Ja, siehst du, die haben umgeschaltet. Am Wasser, ja. Aber ich hab so viele nostalgische Erinnerungen mit diesen Intros von Spielen, weil du noch so richtig aufgeregt ... Du wusstest nichts. Keine Ahnung, was ... Ey, dieser Moment ... Oh, F10, umschalten, was passiert dann? Ah ja, okay. Ach so, zum Umschalten. Wir wollen erst noch ein bisschen die Musik genießen. Ähm ... Ich krieg direkt Gänsehaut, weil ich hab auch so krasse Erinnerungen an Monkey Island 1. Das war noch die Zeit, wo man ... Also, bei mir war das so, du hattest irgendwie so 20 Disketten irgendwie natürlich kopiert von irgendjemandem gekriegt. Eine ging immer nicht. Ja, wenn eine nicht ging, war komplett ... Und am meisten war es Nummer 18 oder so. Und du hast den ganzen Tag dieses Spiel installiert. Und wenn's dann lief, das war ja noch mit DOS damals, immer an meinem PC, du hast die ganzen DOS-Befehle, dir slash p und die Echse finden und all so ein Kram. Und wenn's dann lief, wenn die Musik kam, das war immer noch so ein Magic Moment, ne? Wenn das Spiel dann endlich gestartet ist. Das kann man sich heute schwer vorstellen. Das hat auch viel dem Ganzen beigetragen. Ja, total. Natürlich war es totaler Hässel. Aber allein diese Box zu öffnen, zu sehen, wie viele Disketten es waren. Mit dem Schutz noch. Ja, rauszuziehen. Es roch alles auch so. Ach, da war auch immer irgendein Kram dabei. Diese Diskette, ne? Für den Sicherheitsschutz. Ich muss aber sagen, dass ich mit dieser grafischen Überarbeitung nie so richtig zufrieden bin. Nee, ich find die auch irgendwie nicht so ganz geil. Ah, du kannst sie mehr, ne? Dann hat man halt keine Sprachausgabe. Das ist halt nöt. Aber das war ja auch interessant, weil man sich natürlich dann die Sprache so in den Kopf gemacht hat. Aber gibt's nicht ne Sprachausgabe auch mit diesem Grafikstil? Wieso haben sie nicht einfach die Grafik und die andere Tonspur, das versteh ich nicht. Es gab für manche, es gab zum Beispiel für Wing Commander, es gab so Mission Disc Audio-Geschichten, wo dann irgendwie alles vertont war. Aber das war dann immer was ganz Besonderes. Ich glaub, das hat erst später angefangen. Mein erstes mit Sprache war damals Dave the Tentacle. Aber ich bin jetzt hin- und hergerissen zwischen der charmanteren Grafik aber der Sprachausgabe. Keine Sorge, weil wir werden eh die ganze Zeit hin herschalten. Okay. Wir haben uns am Anfang gefragt, ob es eine gute Idee ist, das zu spielen, weil wir angeblich schon so viel kennen. Und es stimmt ja auch, aber man vergisst ja auch sofort alles wieder. Also man erinnert sich dann immer so an einzelne Sachen, wo ich auch weiß, ah ja, hier Monkey Ranch und so, das vergisst man natürlich nicht. Stimmt, ich hab das halt, jetzt erinnere ich mich. Aber, aber man vergisst halt auch viel. Also insofern, ähm, schauen wir mal, wie weit uns unsere Erinnerungen tragen. Hier auch dieses neue, ähm, Adventure-Menü. Ist ja jetzt nicht mehr Scum sozusagen. Das hier. Es passt auch nicht so ganz der Grafikstil mit dieser geilen Wasser, dieser geile Wassereffekt, wenn wir uns noch mal hier den alten angucken. Also, die Pixel-Tapete. Und das ist aber mein größtes Problem, ist fast der Hauptcharakter. Also, geh mal genau, lauf mal rum. Der sieht einfach überhaupt nicht. Guck mal, was für einen kleinen Eierkopf der hat. Guck dir das mal an. Der sieht doch voll dämlich aus. Der ist mir zu schlachsig und auch zu hässlich. Ich hab ihn immer so ein bisschen wie, ja, ich finde, Pirates of the Caribbean hat's eigentlich ganz gut hingemacht. Ja. Also, da hast du all diese Figuren, genauso wie sie aussehen, in meiner Erinnerung. Aber es ist natürlich schön. Ich hab's zum Beispiel auf meinem alten iPhone damals gespielt. Ich hab es, ähm, da gab's, da kam nämlich diese Version auch raus, irgendwie als App. Und da hab ich das komplette Spiel auf dem Handy durchgespielt. Und ich glaub, das erste und einzige, was ich auf dem Handy so durchgespielt hab, ist auch interessant. Du musst mal hier F10 drücken, für die alte Version, weil ich hab so Erinnerungen an diese Bilder. Die waren in irgendeiner Powerplay-Arts. War dieses Bild, auch mit diesen Farben, diese wenigen Farben. Das war aber geile Grafik damals. Weil das ist ja fotorealistisch. Und man hat nicht verstanden, wie aber, wie bewegt sich das? Und dann stellst du dich raus, es bewegt sich gar nicht. Ja, kannst du wieder zurückschalten, ich wollte es nur einmal zeigen. Glaubst du, wir erleben noch, wie das nochmal neu gemacht wird, aber dann mit Animationen oder echten Schauspielern oder irgendwas? Keine Ahnung. Werden doch nicht aufhören. Ich weiß nicht, ob die so viel davon verkaufen, deshalb ist das immer die Frage, ob da ein kommerziell sinnvoller, weiß ich nicht, was ist. Das ist ja, ob alle zehn Jahre kannst du einmal so ein Ding machen. Mit den schrecklich wichtigen Piraten. Sehr viel mehr bewegt er sich jetzt aber auch nicht. Nein, nein, er nicht, nein. Aber sie haben es ja imitiert. Ja. Nur ich kann mir vorstellen, das kann man auch nochmal ganz neu machen. Die Geschichte an sich ist zeitlos. Ja. Ich meine, man kann fast sagen, Maki Island ist eine der bekanntesten Piratengeschichten. Okay, jetzt natürlich durch Fluch der Karibik nicht mehr so, aber vorher war es auf jeden Fall Maki Island. Aber basieren die nicht quasi beide auf diesen gleichen, auf der gleichen Quelle sozusagen? Also sowohl Fluch der Karibik als auch Fluch der Karibik. Ich glaube auch aus so einer Menge an Quellen. Ich könnte jetzt auch nicht sagen, der eine, das ist eine Buch, der eine Film. Aber so, da ist alles dabei, was man kennt aus dem Mythos Piraterie. Was ist das denn nochmal, dieses Disney-Piraten-Ding, worauf die alle basieren? Ach, du meinst den Ride, oder was? Ja, ja. Oh. Heißt das nicht, das heißt doch, Pirates of the Caribbean, so heißt das ja. Der Film basiert ja auf dem Ride. Heißt das auch so? Der Ride heißt so. Das ist ja so lustig, dass dieser Film, der eigentlich so cool ist, der erste Film zumindest, auf einem fucking Disney-Ride, passiert, das hätte ich nicht erwartet. Ich hoffe, wir labern euch nicht zu viel rein, nur wir haben es alles schon eine Million mal gesehen. So, also er sagt uns jetzt, wir müssen bei den krassen Piraten sprechen. Das war auch mal bei Haus an Haus, irgendwann so eine Stunde, der kommt am weitesten, glaube ich. Monkey Island 1? Eines der Monkey Islands, könnte ich mich, zwei war es. Ja, okay. Ich meine, der hat ein Glas auch, wie soll es, glaube ich, sein. Hier. Ja, ja. Hat er ja auch diese Narbe hier. I'd like to introduce myself. My name's Guybrush. Ach so, das ist Guybrush. Mr. Byron is flying in the camera. Excuse me, but I'm looking for the dark board. Ich mochte halt auch diese Freiheit einfach, dass du die Dialoge selber wählen kannst. Hat einem immer ein gutes Immersionsgefühl geben, dass die Leute auf das eingegangen sind, was du gesagt hast. Wenn ich nehme an, er hat den Dart ins Auge bekommen. Nee, doch nicht. Aber ich dachte, ich spiele jetzt darauf an, dass der Horrible Exit mit dem Dart-File sein Auge war. What happened to your eye? Fragen wir ihn doch mal. Well, I was putting my contact lens in my... Hey, wait a second. That's none of your business. Klingt auch so schön. Jetzt kommt dieser... Diese Geschichte mit dem... Ist es Med? Nein, wie heißt das? Was steht da drin? Grog? Oder? Grog? Grog, ja. Ja, aber das ist schon ein interessanter Hinweis, weil er sagt, also der Koch wird dich wahrscheinlich übersehen. Also schleich dich doch einfach mit einem Krug in die Küche so machen das alle. Den Hund. Der Hund, ne? Was wollen wir nehmen? Ich glaube, es ist egal. Der hat aber auch einen großen Knochen. Die Antwort. Wir wollen den bestimmt haben. Den Knochen kannst du doch bestimmt irgendwie... Den kann man, glaube ich, nicht einziehen. Nee, okay. Da war man dann immer froh. Da war man wusste, okay, ist kein wichtiges Item. Glaubst du, der Typ da oben hängt einfach die ganze Zeit, weil er Freude hat oder kommt er nicht mehr runter? Ich glaube, beides. Am Anfang kam er nicht runter. Das ist mal live now. Guck, hier kommt der Koch und jetzt können wir wahrscheinlich uns hier in die Küche sneaken. Wir können auch erst noch mal mit denen reden. Wir machen mal mit Sprachausgaben. Wir machen mal mit Sprachausgaben. Ich mag die Idee, dass man halt sich fragt, ja, wie wird man eigentlich überhaupt Pirat? Wirst du da reingeboren oder gibt's ein Formular, das du ausfüllen musst? Ja, natürlich. Ja, natürlich. Du musst du die Wart, und die Art von Thievery, und die Quest. Ja, was? Trezure-Hunting, you sea urchin. Right. You must prove yourself in each of these three areas. Swordplay, thievery, and a treasure hunterie. Treasure hunterie. And then you must drink Grog with us. GROG! So, jetzt können wir hier mehr erfahren, die bei uns aufhören. Der Part gefällt mir auf jeden Fall am besten. Tell me more about mastering the sword. First, get here your sword. You must seek out and defeat the swordmaster. Someone in town can probably direct you. Oh, I want to find somebody to train you first. Imagine trying to take all the swordmaster. Without any training. Die lachen gerne und trinken viel. Tell me more about mastering the art of fever. Du kannst auch gleich spielen, wenn du magst. Ja, naja, dem machst du nicht so viel. Ich würde die Maus schieben. Du machst das schon gut. Okay, wir müssen die Gouverneurin bestellen. Ja, Gouverneurin Marley. Genau, die Hunde mit dem Fleisch. Aber ich weiß nicht mehr, womit man das Fleisch einreiben muss. Oh Gott, das war irgendwas. Irgendwas müssen die schlafen, glaube ich. Aber das sagen sie ja eh gerade. Also so viel. Kein Spoiler. Should I have a map or something? Well, you can hardly expect to find a treasure without a map. And don't forget. X marks the spot. You're a bunch of foul-smelling, grog-swilling pigs. To be a pirate, you must also be a foul-smelling, grog-swilling pig. Okay. Das ist interessant. Was ist das, was Grog ist? Wie schön. Grog ist ein secretes Mischung, der hat einen oder anderen von den folgenen. Kerosin, Propylene Glycon, Artificial-Sweigener, Sulfuric Acid, Rum, Acetone, Red Dye No. 2, Scum, Axel Grease, Batterie Acid, and or pepperoni, as you can probably imagine. It's one of the most costic, volatile substances, known to man. The stuff eats right through these mugs and the cook is losing a fortune replacing them. So sind's mir auch irgendwann mal. Hoffentlich. Aber ob ich auch nur so im eigenen Räumchen mitgeblieben. Nebeneinander vor allem. So, jetzt müssen wir, glaube ich, warten, bis der Koch kommt. Aber es sind nur drei, ne? Ja. Ja, das macht mir ein bisschen Angst. Na gut, eigentlich gehört der hier auf der, der gehört auch noch dazu. Also ehrlich gesagt. Der Bärdige. Oder der Hund. Oder der Hunde. Ja, das bin ich. Simon, komm doch mal an den Tisch. In Kopf, nein! Hey, Mann, nein! Ich find's sehr gut. Wir sollten generell Magie alle nochmal neu synchronisieren. Oh, da hätte ich, wir würden das richtig gut machen. So, wie kriegen wir jetzt den Koch nochmal raus? Na, er geht ja ab und zu durch. Dann könnte man vielleicht, wenn keiner drin ist. Hey! Aber ist er eben nicht vorhin ein paar Mal rum? Ja, ja. Ich weiß nur, ich dachte, irgendwie man's triggert oder so. Es ist auch, es ähnelt sich ja alles ein bisschen. Ich weiß, dass es in Monkey Island 2 ja auch eine Möglichkeit gibt. Und da muss man von... Ah, siehst du, das geht nicht. Monkey Island 2 musst du von hinten rein. Ja, genau. Aber hier... Kleine Fenster hier. Aber musst du denn direkt schon in die Küche? Ich glaube. Aber auf jeden Fall haben die gesagt... Der eine hat gesagt, schlech dich doch vorbei. Ich denke, irgendwann müssen wir da hin. Ich würd's gerne... Aber eben war's ganz lange offen. Ich versteh nicht. Irgendwie muss man das triggern können. Und der Knochen beim Hund, der sieht natürlich schon auch sehr verdächtig aus. Ja, ja, aber kein... Kein Wort, keine Alten. Tja, du meinst, man soll... Ja. Super. Nein! Shit. Ja, ja. Natürlich nicht. Jetzt! Alles schnell nehmen. Schnell nehmen, du hast... Vielleicht nimmt man Zeit, ne? Kannst nicht nehmen, der muss irgendwie, glaube ich... Kannst du nicht gedrückt halten und dann sowas auswählen? Nehmen oder so? Oder kannst du nur laufen? Ach, da muss man irgendwas in den Kochtopf packen. Ah, er nimmt automatisch. Okay. Verdammter Vogel. Wir müssen erst den Vogel wegscheuchen. Okay. Dann müssen... Also da drüben ist auf jeden Fall der Grog. Bisschen Fleisch für den Hund. Aber ich kann's nicht nehmen. Ah, warte. De Mausrat, ziehe, gib... Nimm. It's some sort of meat or meat-like substance. Ne! Was ist denn jetzt? Nimm! Der war's gerade. Ach, gut. Ah, okay. Ja, da kannst du, glaube ich, nichts mitmachen, ne? Können wir den auch nehmen? Ne. Ich denke, da musst du was reinmachen. Ich bin so im Hahn. Wir haben auch keinen... Wir brauchen... Ach, ich erinnere mich, dass sich der Grog auch durch den Kelch wirklich durchfrisst. Durch den Krug. Was auch immer man damit macht, schnell machen. Guck mal, jetzt kann man doch noch mal versuchen, hier einen Nimm-Hund oder so. Irgendwie seh ich da hinten Nils. Ich kann's nicht anziehen. Da, für mich ist es Nils. Ich muss hier noch mal... Wo sieht man denn hier die Items überhaupt? Ah ja, okay, jetzt gibt's erstmal Zwischensikons. Die Ghost Pirate Lechuk-Ship lies anchored in a river of love. Captain Lechuk, sir. I... Ah! There's nothing like the hot winds of hell blowing in your face. No, sir. Nothing like it. Ah! Ah! Sir. I... It's days like this that make you glad to be dead. Oh, yes, sir. Glad to be dead. You are glad to be dead, right? Oh, yes, sir. I feel so lucky that you happened to capture my ship that murdered me and everyone on board. Yes, yes, sir. Lucky. Glad to be dead. Glad to be dead. Now, what was it you disturbed me for? Ah, yes, sir. Well, you see, we might have a problem on Melee Island. Problem? What possible problem could there be? Actually, he's a pirate wannabe. Young, inexperienced, probably nothing to worry about. Don't know why I bother you with it. I'll have him taken care of myself. Wait! I'll handle this personally. My plans are too important to be messed up by amateurs. Yes, sir. So, also, da ist der Antagonist. Das ist sehr schön, wie das alles so eingeführt ist. Wir sind im Grunde ja nur zwei Bildschirme weiter nach rechts gelaufen, nachdem wir am Feuer waren. Und schon ist alles etabliert. Es kam mir auch so groß vor als Kind, aber ich glaube, so groß ist es gar nicht am Ende. Ich muss mich nur noch ans letzte Drittel vor allem erinnern. Was willst du eigentlich machen? Ich dachte, man kann vielleicht doch irgendwo einstellen. Das ist in der Pixel-Version auch Sprachausgabe. Es leuchtet mir einfach nicht ein, warum man das nicht einfach drüber legt. Ach so meinst du das? Ja, das wäre eigentlich schon eine gute Idee gewesen. Kann nicht so schwer sein. Das ist ja der gleiche Text. Also, das geht ja, ne? Das ist einfach nur eine Tonspur. Ja. Ja. Excuse me, but do you have a cousin named Sven? What is that? Some sort of code? Of course it's a code, you idiot. Never mind. Good night. Pfeile? Was? Da stand doch mal was anderes. Pfeile, das ist ein Piratenspiel, kein Western. Excuse me, but do... I'm telling you again. Na, wir haben halt die Antwort nicht, ne? Vielleicht kann man ja... Und mein Cousin Sven sendt his Regards. I see. Let's talk business. You wanna buy a map to the legendary lost treasure of Melee Island? Only one in existence. Rare. Very rare. In seinem Mantel, sechs Stimmen. Only 100 Pieces of eight. Boah. No thanks. I don't have enough money. Well then. Buzz off, kid. It's bad for business. Die Symbolisation ist halt geil. Also die Stimmen und so. Ja. Muss auch sein. Muss ich echt schön Mühe gegeben. Ja, aber heute 100 Goldstück ist auch eine Menge, aber das, ähm, ich glaube, wenn wir sie kriegen, kriegen wir sie kriegen eine Menge, auf einmal. Oh, Wahrsagerin. No thanks. I'd rather not touch any of this creepy voodoo stuff. Oh, I think I hear slithering inside. What may I help you with, son? So, how does that one look? Hmm. Yeah, it's yeah simple. I can sense your name is, is Guybrush. Guybrush Nose Hair. No, no. Threepwood. Guybrush Threepwood. Am I not right? Lucky guess. Half the people I know are named Guybrush. I suggest you open your mind. It will help you in your coming journey. Ist, glaube ich, egal, oder? Ich meine, vielleicht machen wir die Reise, dann hat man ein bisschen Foreshadowing. What can you tell me about my journey? I am getting a vision. A vision. Oh, Party. Das ist der Party-Modus. Das hat halt echt wieder seinen ganz eigenen Charme. Das ist auch nicht scheiße. Auch dieses Ruckeln, wenn immer ein Bild weitergeschaltet wurde. Jetzt sieht man hier auch Körbe, weil wenn du hier F10 drückst, siehst du hier die Schatzkisten. Die gibt's halt gar nicht. Ich glaube, viel mehr ist nicht, ne? Aber haben wir denn einen Moment, ich meine... Ja, ich weiß auch nicht. Was haben wir denn jetzt eigentlich gekriegt? Nee, und sie hat uns auch nicht viel gesagt, außer dass wir auf eine Reise gehen. Ich dachte, sie gibt uns vielleicht noch irgendwie Tipps. Krass, okay. Er ist natürlich gut. A rubber chicken. Ich weiß auch nicht mehr, was man damit macht. Ich glaube, man muss sich an einem Seil oder so damit runter. Vielleicht auch nicht. Aber der Hühner, die gerade rubber chickens sind ja ständig verwendet in Mackey Island. Ab da. Das ist der Becher eines Zimmermanns, würde ich behaupten. Natürlich. Und es ist schön, wenn du dann runterstellst auf die Alte, siehst du natürlich, was relevant ist und kannst dann wirklich nur die Sachen auch anklicken. Hallo? Ich glaube, niemand ist hier. Ja, das war wirklich ein unspektakulärer, äh, unspektakuläres Gespräch. Ja. Okay, vielleicht müssen wir... Wir sind auch noch ganz am Anfang. Ja, ja. Okay, was können wir hier noch? Einmal alles absuchen. Das sieht auch aus wie irgendwas. Du kommst nicht rein, ne? Hm. Weiß gar nichts. Nee. Männer mit zweifelhafter Moral. Die gibt's ja auch im zweiten Teil. How can you stand to be near this vermin? Ah, they're not so bad. Sweet. Sounds like this guy don't like rats. Let's saute him now. I think you'd best leave, boy. Vielleicht lass die drei Stooges sein oder so? I apologize for what I said about rats. They're very intelligent creatures. More intelligent than him. Why, there's a story around these parts that a bunch of rats actually crewed a ship here from fabled Monkey Island. No, that's not right. It was actually a group of monkeys. That's difficult to believe. Yes, but it's true. When they arrived, they sold the ship for a pretty penny. Only time I've seen anyone get the better of old Stan in a deal. Hehehehe. I thought it was rats. Stan Evans. Do you guys know the sneaky-looking man on the opposite corner? Want to buy a map, eh? Our maps are top quality. Not like the birdcaged liners you get from that clown across the street. Don't forget to buy a map, eh? Hehehe. 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 No, just kidding. Hehehe. Hehehe. These are actually copies of the minutes of the last meeting of the melee island PTA. Hehehe. Can't even give them away. Hehehe. 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 There's a bit more in the middle. Hehehe. 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 No, we're a wandering circus troupe, haha, 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 shut up, haha, 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 shut up, haha, of course we're Pirates, you can't buy clothes like these off the rack, haha, what do you want? Warum steht die hier? Ja, er macht das mal rein, er fahren wir die ganzen Backstory. Mach du mal ein bisschen. Okay. Well, pirating hasn't been pannin' out so well for us. There are some unnaturally talented pirates in the area right now. Operating out of Monkey Island. So we've been pursuing alternate means of self-support. We're trying to start up a circus. It was working out well, until the rats scared off the elephant. Now you've depressed us. Go home. Ja, ich hatte trotzdem noch Fragen, ne, gut, okay, das ist vorbei. Hm. Aber dass die jetzt zweimal erwähnt haben, dass die Ratte den Elefanten verscheuchelt, das ist auf jeden Fall auch schon mal irgendein Hinweis. Ach ne, hier waren wir, okay. Und hier meintest du, kann man nicht, okay, dann gehen wir weiter. Oh, die kann man jetzt einfach nur laufen, ach ey, schon. Ahoy there, fancy pants. Geh erst mal raus. Entschuldigung. Erst mal raus und dahin. Das finde ich natürlich interessant. Oh, was ist da? Anybody in here? Hallo? Oh nein, wir werden verprügelt jetzt. Badmands Eltern zum Beispiel. Nobody would be around to see it. Yeah, and bad things happen to people who sneak up on other people from behind. So, you're gonna give me a little attitude, huh? I'd better get your name. Guybrush Threepwood. Aber die ist egal was, ne? I'm Guybrush Threepwood and I'm new in town. Listen, Peepwood. Threepwood. Guybrush Threepwood. Well, whatever your name is, listen. I'm the sheriff around here. Sheriff Fester Scheintop. Take it from me. This is a bad time to be visiting Melee Island. A very bad time. My advice to you is to find somewhere else to take your vacation. Diese Stimme. Somewhere safer. Das ist der Typ, der auch diese YouTube-Trailer-Zusammen-Schnitte macht. Mit diesen Fake-Trailern. Weißt du, was ich meine? Der hat auch so genau so eine Stimme. Also es gibt ja einen, der imitiert diese Stimme immer. Und vielleicht haben die den ja gefragt. Vielleicht auch nicht. Vielleicht kann das auch jeder. Außer mir. Ich weiß es nicht. Die Tür sieht auf jeden Fall verdächtig aus. Ne, ich kann hier nichts machen. Ziehe, gib, nimm. Die Tür ist ja schon gar nicht angezeigt, ne? Sonst würde er rechts. Ah, warte, warte. Ah, aber da ist ein Schild. Das war's. Employees only. Hm, okay. Kann ich das nehmen? Für die anderen, nein. Äh, Quatsch. Wie sieht's denn? Ich würd gern mal... Okay. Okay. Ja, muss man eigentlich machen, um zu sehen, was wirklich zum Euragieren ist. Also weiß gibt es ja gleich bei den, ups, ne, sorry, mit den neuen Teilen manchmal so eine Taste, die man... Was ist das? Ja, nochmal alles. Als Menü, ja. Irgend so eine Taste, mit der man sich anzeigen kann, mit was man interagieren kann, gab's ja bei Marky Allen. Stimmt. Oder bei, ne, bei, äh, hier, Thimbleweed Park gibt's das. Hast du das denn durch? Mittlerweile... Ne, ich bin, äh, ich hab ja jetzt lange nicht weitergespielt. Oh, ich bin im hinteren Drittel auf jeden Fall. Ja, ja, es hat auch ein sehr schönes Finale. Ja, ich hab auch Bock, ich muss weiter machen. Was willst du? Ich schaue den Schwertmeister von Melee Island. Der Schwertmeister von Melee Island? Hm. Nun, ich weiß nicht. Siehst du, niemand weiß die, woher von ihren secreten Husten. Niemand außer mir. Ich muss sie fragen, ob es dir okay ist, den Weg zu zeigen. Hm. I guess I could hike all the way over there once. Be right back. Okay, jetzt kann ich doch... And don't touch anything! Wollte ich grad sagen, jetzt kann ich doch alles klauen. Jetzt können wir hier mal richtig... Richtig einen weglauen. Und die Klingel mitnehmen auf jeden Fall. Moment, ähm... Pick up? Ähm, pick up, natürlich. Sword, schau mal, da dieses Ding hier. Was immer das ist? Äh, Moment, ich hab noch eine Sache, die ich auf jeden Fall brauch, die Schüssel. Schaufel, äh, Schaufel? Welche? Was sind die? Ich weiß nicht, das da? Das hier, das ist ein Schild und das ist die... Naja, vielleicht leg ich mich auch noch mal drinnen. Tresor öffnen kann man wahrscheinlich nicht. Das ist wahrscheinlich nur, um einen zu... zu baiten. Hm, leider nicht. Okay, ich versuch das nochmal hier. Ja, ich glaub... Da haben wir... Interagieren wir mit der Eisentür. Save. Okay. Es könnte ja auch sein, dass es super easy aufgeht, man die ganze Zeit denkt... Ja, stimmt schon. Get handle on your saving script master. Handles. Ja, das sind, glaub ich, nur die Handles wahrscheinlich. Ja, viel mehr ist nicht, das ist ja gut. Ich glaub, das waren die entscheidenden Objekte. Reicht ja auch. Zwei Items klauen. Ja. Muss reichen. Ja, der arme Kerl. Ah, da ist er wieder. Von der anderen Seite. Aha! Caught you, you little thief! Shit! Hm. Dacht ihr, sich das... Äh... Ablenken. Look! I told you, she doesn't want to see you! Maybe if you asked her again? Hm. I guess I could... No, nein, jetzt geht er wieder los. Again? Be right back! Scheiße! Ja, das wollte ich eigentlich nicht. Und don't touch anything! Ja, was mach ich denn jetzt? Wie komm ich denn hier mit dem Kram raus? Ja, mal gucken, was er dir anbietet. Wahrscheinlich nimmt er es dir wieder. Ringbell for service. Ähm... I can't move it. Ich will sie benutzen. Da, das ist gut. Benutzen. It never fails. I step away from the counter for two seconds and some idiot's already ringing that stupid bell! The sword master says you can jump in the lake, by the way. What do you want? About this sword. Yeah, what about it? I want it. That's a hundred pieces of gold. I want it. Take it or leave it. I don't have enough money. Figures. Now how else do you want to waste my time? Okay. Irgendwann. Ich brauch halt erstmal richtig Geld. Yeah, what about it? Lass mich raten. Es kostet hundert. Oh, another would-be treasure hunter, eh? That'll cost you 75 pieces of eight. Schnäppchen. 75 pieces of eight? I don't have that much. Then you better go put it back. Hm. Die langsamste Treppe der Welt. Die Zeit hätte man sich auch echt sparen können jetzt. Okay, okay, okay. Na gut. Also wir müssen wohl erstmal irgendwie Geld... Is there something there that maybe you can afford? I think I'd just like to browse. Whatever. Good. Aber gut zu wissen, wo man die Items bekommt. Kirche? Nee, ist das eine Kirche? Sieht aus wie eine Kirche. Aber sehr hip. Ich würde sagen evangelisch. Die haben immer so hippen... Hippen-Style. Oh, du hast hier, guck mal, du hast diese Liste mit Krok dran. I see a lot of spelling errors. Das ist wirklich die Krok-Liste, ne? Ja, warum kann ich das nicht? Warte mal. Use, push, give, open, close, talk to pick up, look at. Geht nicht wirklich. Was heißt denn Minutes? Wo? Geht hier, look at Minutes. Schick mich doch eine Erklärung oder sowas. Nee, ich glaube, hier können wir auch nichts machen erstmal. Ist das noch offen? Ah. Da ist eine Ratte hinter meinem Gitter. Die will sicher da sein. Hey, ich will noch mit dir reden, Dicker. You gotta get me out of here. Victim of Society. Sagen die alle. Nicht zu sagen Halitosis. Uuuh. Hey, es ist schwer, meine Brücke minty-fresh zu halten, wenn es hier nichts zu essen gibt, aber Rats. Ah, für den brauche ich die Minzbonbons, damit ich dann mit dem reden kann. Die Ratte kann nix. Die kann man irgendwie anlocken, bestimmt. Aber ich weiß auch nicht, warum man das machen sollte. Also, wenn man's kann, weiß man dann meistens immer irgendwann auch, warum, aber vorher erstmal nicht. Jetzt kommt hier Officer, hier ne, Governor Marleys Haus. Ja. Und da kommen wir doch eh nicht vorbei. Da kommen wir eh nicht vorbei. Können wir mal hingehen, um's einladen zu sehen. Okay, und damit haben wir unsere kleine Welt jetzt einmal umkreist und müssen gucken, wie kommen wir weiter. Die Pudel, ne? Piranha-Pudels. Ah, siehst du, Pudel waren nämlich schon immer geil. Kleine Idefix. Okay. So, wir haben das Fleisch. Ja, aber das geb ich denen natürlich so nicht, oder? Nee, das müssen wir noch mit irgendwas, äh, ja, Tünchen. Das könnte sogar sein, dass das das Nächste ist, was wir machen sollen. Irgendwas mit dem Fleisch. Und dann irgendein Rätsel mit dem Grog, aber da haben wir da, glaube ich, noch keinen. Kann ich denn hier weiter noch? In die Alley konntest du gehen? Ja, aber... Ah, da waren wir schon. Die ist sonst aber nix. Ja. Die wird irgendwann nochmal wichtig, kann ich mir vorstellen, aber... Und dann kann man aber... Ach, Moment, man kann ja auch wieder raus, man kann ja auch einfach in den Wald, dachte ich mir. Auf die Map? Ja, auf die Map und dann... Stimmt aus. Low moral fiber. Entschuldigung, ich finde, das ist einfach auf Englisch, das ist halt auch gute Wortwitzel. Aber musste man da so weit zurückgehen? Ich sage ja nur, wir können. Ich überlege. Nee, ich meine nur, es ist... nicht schneller auf die Map kommt, irgendwie. Ach so, ähm... Ich glaube, man muss am Rand rauslaufen. Hätte ich jetzt gedacht. Vielleicht sind wir auch noch nicht so weit. Na, lass mal probieren. Naja, wir gehen mal schön an den Anfang zurück. Das R. Könnte sein. Ah, siehst du? Jetzt haben wir nämlich diverse Locations. Haus. Insel. Da ist nix. Clear. Ja, okay. Na, gehen wir erst mal dahin. Wenn man das zum ersten Mal auch entdeckt hat, dass es ja eine Karte gibt. Okay, oh, viele Orte. Das war teilweise immer so überfordernd, wenn man irgendwo neu war und dann... So viele Orte. In diesen Orten dann nochmal mehrere Locations und Leute und so. Ah, da ist ja der Zirkus. So knapp an Mario und Luigi vorbei. Einfach nur Farben ein bisschen ändern und schon... Mann. Okay, aber das Problem ist klar, keiner will in die offensichtlich große Kanone da rechts und sich mit der Kanone abfeuern lassen. Also wer könnte es dann machen? Vielleicht können wir helfen. Hier, ich verkaufe diese tollen Lederjacks. Hier sind die Anzüge auch wirklich weird. Fabulous. Flying. Ferrucini Brothers. That's us. My brother Alfredo. And my brother Bill. Sound good? Good. It's very simple, really. Oh ja, wie viel zahlt ihr denn? Sehr gut. Oh ja, das ist doch sehr gut. 78, da krieg ich sogar noch die Schaufel dann. Okay, sounds good. Ja, das klingt gut. Have you got a helmet? Oh. Shit. Of course I have a helmet. What sort of idiot do you take me for? Kannst ja mal versuchen. Well, let's have it. We want to be sure. That it's safe. That it's safe. What do you want to have? No, siri. Ich hab keinen Helm. Okay, wir brauchen einen Helm. Und sonst... Irgendeinen Topf, ne? Irgendeinen Topf, irgendwas in die Richtung... Okay. Für die Kanone sieht ganz anders aus. Okay, hier kann man offensichtlich auch nicht mehr viel machen. Ja, aber wir wissen immerhin, wenn wir es sehen, wissen wir, wo es hin muss. Ich kann mich aber auch in gar keinem Bild mehr ändern. Das muss ja eigentlich ein Topf oder irgendwas Dummes sein. Ein Eimer oder sowas. Ein Eimer. Es wird ganz sicher einfach kein Helm sein. Da komm ich doch nicht hin. Doch, ne? Dann gucken wir mal. Das ist das hier. Das ist mysteriös. Geht gar nicht. Geht nicht. Holy Shore. Shore ist ein cooler Nachname. Ja. Simon Shore. Abgekürzt SS. Ja, gut. Ha, siehst du? Und was brauchen wir? Das Hut. Eines unserer Alten, den Schinken, korrekt. Nee, natürlich das Hut. Oh, da wäre ich jetzt nicht mehr drauf gekommen schon, muss ich sagen. Ja, aber es hat dieses komische... Also, warum, kann ich auch nicht erklären. Warum wir dieses Ding haben. Aber man sieht es am Bild. Das habe ich jetzt nicht mehr gewusst. Na, hier steht ja sogar Hook I... Nee, Hook, nee, hat damit nichts zu tun. Entschuldigung. Guck dir mal das Huhn an. Was sagt er denn zu dem Huhn? Sagt er dann da was zu, was einem Hinweis gibt? A rubber chicken with a pulley. Pulli, ja, aber was ist ein Pulli? Also, früher auf Englisch hätte ich das auf jeden Fall nicht so schnell gecheckt, was ein Pulli ist. Ah, er! Hey! Ja, er kennt mich. Bobbin Thread Bear. I'm a pirate. Cannonball head. Geht mal beleidigen. I'm finding who are you. My name's Meat Hook. And I think you've got a little attitude problem. Ja, er ist, ähm, er ist, ähm, er ist, ähm, er ist, ähm, er hat diesen, ähm, Papagei. Der, ich meine schon, den Familienoberhauptvogel. Mhm. Well, I think you've got a little hair problem. Jeez. You just don't know when to quit, do you? Warum, warum diese Beleidigung? Weil der keine Hände hat, oder was? Ja, ich hatte ja auch nur Dreck zur Auswahl. Will ja recht nett zu ihm sein. Oh, da ist ein Schalter hier. Ja, ja gut, komm. Ich hab keine sinnvolle Antwort. No, your mother was a duck. Now beat it. Excuse me, but the sign said there were Restrooms in here? Sorry, but that sign's a little out of date. I used to have a thriving tourist business here. I had animal wax, tattoo demonstrations, souvenirs. But there was a little accident with one of the trained animals. One of our guests was hurt very badly. So I was shut down, put out of business. And since then I've lived here all alone. Ich bin mir vor, du hast nur so zwei Haken anzeln, wie nervig das ist. The same beast that made me a hermit. A monster that just by coincidence is identical to one what attacked me when I was just a child. And left me with these hooks instead of hands. A deformed man. Jeez. Now I'm all depressed. Thanks a lot. Es passiert gerade die Folge, wenn wir mit Leuten reden. Ich frage mich, wir müssen ja wirklich 20 Leute gecastet haben, die alle so eine rauchige, derbe Männer-Piratenstimme haben. Das muss lustig gewesen sein, das Casting. Das haben wir schon gemacht. Ich glaube, wir können hier gerade nichts machen. Ja. Oops, I just realized that this is the wrong house. Oh, okay. Have a nice time on Malay Island. Wäre auch so einen geilen... Was ist das? Australischen Akzent oder so? Ja, ich... Auch so einen Aussi, oder? So einen Aussi-Akzent war das logisch. Hook Island auf jeden Fall. Restrooms. Kann ich jetzt hier... Nein, komm! Ich dachte, sie haben sich das jetzt halt einfach gemerkt, ne? Mä, mä, mä. Nein! Sag mal, Simon. Aber lustig auch, dass das in beide Richtungen geht. Macht irgendwie auch keinen richtigen Sinn, oder? Vielleicht darf man es echt nicht hinterfragen, ne? Wire. Siehst du, es war so durchhängig, ne? Ja, das ist auch genug. It works both ways. That's some chicken. Geht's hier noch rechts aus dem Bild raus? Ne, ne? Ne. War das jetzt schon der Strand? Ne, ne? Da kannst du noch... Doch, das ist das. Ja, ja, das ist eins. Okay. Zirkus. Lichter. Lichter und Haus. Oh, ne Brücke noch. Oh, ne Brücke noch. Ich glaube, wenn du doppelklickst, geht's schneller, oder? Ne. Ich kenne auch... Ich kenne das genau, was du meinst. Das kenne ich auch so, aber... Müsste ich doch. Ne, ist glaube ich bei The Movie Park. Ist das so? Ein Troll. Brückentroll. Das sieht auch nicht besser aus. Stop! You must pay a toll. Ich kann schon... Ich muss gerade... Obwohl ich es an den Philadelphia denken. You must pay the... Kennst du nicht, ne? Aber du kennst die Reihe, natürlich. Aber du gehst mit Danny DeVito, er spielt ja so einen Troll. Und... You must pay the toll... Troll toll to get into this boy's hole. Und es ist so eine ganz schlimme... Es geht halt um... Ah, wie heißt der eine? Der... Der Wahnsinnige. Charlie. Charlie, genau. Charlie Day. Ey, es ist... Jetzt in der Erklärung natürlich scheiße, aber es ist eine super lustige Folge. Es ist eine meiner Lieblingsfolgen, wo sie dieses Theaterstück machen, wo es eigentlich um... Darum geht, dass das missbraucht wurde. Ach, Nightman Comics. Ja, Nightman, genau. Ja. Das hab ich nicht adoptiert. Dayman! Äh, ja, die haben jetzt auch einen Podcast übrigens. Ähm, die... Das ist sehr lustig. Die labern auch natürlich viel über... It's always sunny, aber auch... Sicherlich. Alles andere, weil es ja die Erstehungsgeschichte ist ja auch geil. Ja, und die machen das ja auch schon so lange. Wie viele Season gibt's da? 14 oder 13? Ja, ich glaub schon... Die sind in real life. Ich glaub schon... Die sind in real life. 15, ich weiß nicht, aber ich guck die halt auch super gerne. Aber auch schon aus Gewöhnung einfach nicht. Ja. Und so viele schon gesehen hat. Alles kostet 100 Goldstücke. Äh, ach nee, etwas... Ziemlich ranziges Fleisch könnt ihr anbieten. Das wär'n jetzt wir beide zum Beispiel. Eine Affenleine mit Tralsbänder, ein Gummihuhn mit einem Karabinerhaken, mein altes abgegriffenes Erbfolgezepter. Das hört sich gut an. Was ist das? Don't be silly. You have three chances to give me what I want. Ich muss sagen, der Troll passt jetzt nicht so hundertprozentig ins Spiel. Nee. Aber ich kann wohl nicht anders. Scheiße, das ist ein Schlauart. Also er will etwas, das wertvoll aussieht. Aber es nicht ist. Ne, sowas wie Katzengold. Willst du noch einmal kurz hören? Attract Attention. Ja, okay, also halt irgendwas Schönes. Ja, wir haben ja fast noch nichts, ne? Ja. Okay, das heißt aber für uns auch... Das ist natürlich ein interessanter Punkt, um uns hier von dem ganzen anderen Kram fernzuhalten. Und sonst gibt's auch nichts, ne? Können wir vielleicht hier rumgehen? Weil da laufen sogar Leute auf der Map da oben. Ja, das ist ja auch für die Schwertduelle später. Okay, so richtig was gelernt haben wir nicht. Ein bisschen mehr, aber wir haben immer noch... Keine... Kein Lösungsansatz. Wie kann ich denn mal ein Inventory aufrufen? Okay, obwohl ich weiß, es ist nur die Münzen, es ist das Gummihuhn, es ist das Fleisch und es ist der Zettel, von dem ich nicht weiß. Das scheint nicht zu funktionieren. Ich geh nochmal in die Bar, vielleicht können wir irgendwas hier noch machen. Hier gibt's doch sicher auch noch etwas. Wir haben das Fleisch. Was ist denn zum Beispiel diese zwei Goldstücke? Gibt's irgendwas, was wir damit... Ja, ein Grog, oder? Wollen wir uns nicht ein Grog bestellen, oder kostet der mehr? Weil dann haben wir den Grog und können damit irgendwas auflösen. Vielleicht kriegen wir den hier auch nicht so einfach. Aber wir müssten uns halt irgendwo hinsetzen. Also wie bestellt man den? Naja, ich seh dieselben Probleme auch gerade. Aber kannst du dich einen Grog von denen irgendwie klauen, wenn der hingestellt ist oder so? Ihm reden geht schon mal nicht. Okay, ich geh erst nochmal hier rein. Ja! Mach mir doch gar nicht, wir gehen doch gar nicht. Was ist denn los mit dir? So. Kann man irgendwas austauschen vielleicht gegen den Fisch? Also mal mein Inventory aufmachen. Die Fleischkeule da in den Topf rein? Ich weiß ja nicht warum. Oh, mach nochmal. Mach nochmal bitte. Kann ich den nehmen? Wie kann ich den nehmen? Im Nutz. Oh, jetzt? Ist weg. Toll. Ich wollte gerade sagen, ist das eine gute Idee? War das jetzt ein Fehler? Öffne Fleisch in einen Topf. Nimm. Au! Okay, ich kann es nicht mehr. Kannst du den Helm, den Topf dann nehmen? Stewed Meat. Okay, jetzt ist es immerhin gestewed. Was heißt stewed? Ja, also halt gekocht. Also gedämpft. Ja, wobei es ist ja gekocht. Kann ich das vielleicht? Ich bin mir sicher, den Fleischkeule war es für die Hunde gleich. Das Fleisch, ja. Denke ich auch. Wobei die sicher auch hohe. Kannst du hier diesen Topf da unterm Tisch nehmen? Du hast, oh Mann, da ist mein, ja, du hast recht. Pick up, das ist das. So, jetzt haben wir direkt, jetzt haben wir den Helm. Ja. Ja, man sieht es tatsächlich dann in dem alten Pixelmodus besser, finde ich, als im neuen. Ja, klar, weil die Details zu krass sind überall. Ich meine, es ist natürlich schön, aber... Aber irgendwie muss man auch auf die Map kommen, ohne dass du jetzt da wieder hinläufst. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ach so, ich meine, den geht gar nicht. Drück mal Escape vielleicht? Nee. Leertaste Tab oder so. Ich weiß nicht. Es ist halt der Erste, dadurch weiß ich es auch nicht. Aber trotzdem, ich kann mich nicht erinnern, jedes Mal da bis... Irgendwie geht das doch. Warte mal kurz. Geh mal auf die... Geh mal auf die... Steuern. F1 wäre Menü, aber das ist es auch nicht. Nö. Ah, ist Hinweis. Aha, das können wir uns merken. Ah, hier gibt es auch die Hotkeys übrigens. Aber ist nix, ne? Schade. Das ist aber komisch. Nein. Ah, siehst du einen Tipp? Krass. Aber das haben wir auch so schon gewusst. Das gab es aber früher nicht, oder? Nee, natürlich nicht. Aber das finde ich auch okay für heutige Verhältnisse, bevor man dann... Also gut, du googelst das dann ja eh sofort nach. Also ich jetzt nicht, aber wenn du sowas heute spielst, kann ich mir vorstellen, ist die Versuchung sehr, sehr... Hast du gesehen? Fork? Mhm. War das schon immer die Location hier, oder warum ist die jetzt? Das ist das Labyrinth. Ah, shit. Das weiß ich nicht, wie das läuft. Das ist später wichtig. Aber man kann hier, glaub ich, ein paar Sachen schon mitnehmen. Das ist nämlich vielleicht... Moment, 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 Moment. Ähm... Use. Ja, einfach Use, ne? Jetzt? Jetzt ist das einge... Condiment. Jetzt ist das so eingerieben mit... Das betäubt. Ah, okay. Ich weiß nicht, man erfährt das natürlich später, aber... Da ich's jetzt schon nehmen konnte... Boah, ich weiß noch, wie nervig es war, glaub ich. Man hatte diesen Kopf, ne, der sich so gedreht hat. Ich hab das nie gerafft. Das ist ja auch bei Thimbleweed Park. Nee, dann verwechsel ich's grad mit Thimbleweed, wahrscheinlich stimmt. Da war das. Ähm, ich will eigentlich nur raus wieder. Das ist ja super Glück mit dem Fleisch jetzt gewesen. Können wir nämlich nachher echt hin. Äh, vorher zu dem Zirkus. Äh, wo ist der denn noch mal hier? Ich bin mir sicher, man kam irgendwie auf diese... Näh, ich weiß nicht. Das ist zu viel Service. Das gab's damals nicht. Natürlich habe ich einen Helmet. Was für ein Idiot gehst du mich? Eine perfekte Guybrush wäre doch eigentlich Zack Braff. Ja, wenn er blonde Haare hätte wahrscheinlich. Wobei, das könnte man ja färben oder so. Aber so als Typ bringt er, glaub ich, so dieses... Bringt er so fast alles mit. Er ist der perfekte Trottel-Ligge, so dem man trotzdem eine gewisse Kompetenz zutraut, ja. Ich fänd das auch, äh, ne gute Wahl. Nein, Leute, man, Spiel, sei doch mal jetzt ein bisschen... Gib mir mal, mach mal meine Items, bitte. Schreibt mal in die Comments... Achso. Ist egal. Ich, ähm... Schreibt mal in die Comments, wen ihr, wenn es einen Monkey Island Film geben würde. Wer wäre LeChuck? Bud Spencer wäre gut, aber geht ja leider nicht mehr. LeChuck und wer wäre, ähm, Guybrush und so? Eure Idealbesetzung, ja. Guybrush, äh, Dings, Dings, Elaine wäre auf jeden Fall Julia Louis-Dreyfus für mich. Oh, ich hätt' Bock, einen Monkey Island Film zu casten. Wär nicht. Ähm, jetzt muss ich mal grade gucken. Das könnte ja das Ende sein für diese Geschichte hier. Geh mal auf die Kanone. Nee, deswegen, du kannst nur irgendwie... Oder machen wir nur Use Pot? Nee, geht das nicht. Pick up Pot geht auch nicht. Summon Cooked Head Cheese. Dann gib denen den einfach. Ah, natürlich, okay. Jetzt ist die Frage, wollen wir das in der nächsten Folge machen? Mit einem Speck der Cool... Oder wollen wir es jetzt machen? Ähm... Ja, gute Frage. Guter Cliffhanger. Mhm. Okay, dann ist hier der Cliffhanger. Und was passiert, wenn Guybrush Threepwood einen Kochtopf aufsetzt und zu den Fettuccini Brothers geht? Und das erfahrt ihr beim nächsten Mal in die Superboys, Monkey Island. Die Superboys. Das gefällt mir. Ja, ja. Exactly. Haha. Ja. Ja. Vielen Dank.